One more time It's not too many for me Bye, bye, bye Your words ain't sinking with me Cut the crime You're not a rebel, baby This isn't love Tobik, ich muss mir noch sagen, bitte greif keine Pigments an Danke, ey, für diesen Tipp Weil die sind sehr... Die sind immer noch aggressiv! Echt? Ja! Dass es keine Verzauberung mehr hat Bane of arthropods Nein! Doch Ich hoffe, der ist ja auch friendly Hi Er ist chillig Er kommt klar aus seinem Leben Hast du noch irgendeine Crab-Rüstung oder so? Nein, ne, ne, gar nicht Tobi Ja Tobi, Half-Life Tobi, 4 4 3,5 3 3 3 Aber ich... Also... Du hast ja jetzt zwei Schabt-1 Schwerter und im Schabt-1, ne? Ja, das passt schon mit 22 Rock it out of here Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Waco Folge 12 Lass gleichzeit ich drauf hin, ja Mit dabei ist der Tobi Jo 3-2-1 Drauf Ähm... Wir haben jetzt nicht wirklich vor, jemand zu snipen, aber... Ollyboy hatte geschrieben Und Baloui Wir sind am Spawn! Wer kämpfen will, darf kommen! Und wir denken uns... Wir sind relativ nah noch Am Nether-Portal Also... Ist vielleicht übertrieben, dass wir nah sind Schmeiß mal ein bisschen Quatsch schon mal raus Ja, kann man das? Oh, ja, stimmt! Ziemlich chillig So... Wir hoffen jetzt einfach, dass wir die vielleicht finden werden Und sogar töten könnten Was hast du mit Grinschwert gerade? Ich mach meinen Schafniss 3 in meine Hotbar jetzt Okay So... Wir können jetzt dann gleich laufen Weißt du genau, wo das Pot hat? Ah, die sind zu behindern Ähm... Wann mal... Ich weiß, wie wir... Wie wir am besten zurückkommen Kommen wir mit? Ich muss erst mal aufhören, wieder zu brennen Ja, wollte ich grad sagen Und das sind übelst viele Blazes Ja... Mann, die Zeit drauf zu brennen Hm... Und links unten ist ein... Ich hab Half-Life einfach Okay Ich muss jetzt irgendwie schnell raggen Jetzt halt baue ich kurz ab Ich traue mich jetzt nicht nach unten zu laufen Wegen dem Wither Skelett da unten Mhm Aber wir müssen... Ich möchte... Pass auf nicht, dass das runter fällt Wie die Scheiße Wollen wir da jetzt vorbeiren, am Wither Skelett oder so? Kannst du das vielleicht mit... Lass mir den Bogen abschießen Pass auf, pass auf nicht, dass ich da sitze Kann... Ich laufe jetzt einfach, okay? Okay, ich laufe mit So, komm jetzt Denn... Ich hab da hinten unsere Cobblestone gesehen Das ist der von... Damals, als wir hier... Als wir uns da eingebaut haben Okay Jetzt bauen... Bauen wir uns hier hoch Ja, ich sag doch... Ich sag doch... Pfadfinder Ja, genau Machen wir mal den Turm kaputt Mhm Ich bin übrigens wieder voll live Das ging jetzt echt voll schnell Ich hab echt Angst, dass die jetzt schon wieder so weiter weg sind Mann... Mann... Wenn die uns verarscht haben Ja, wir wollten ja eh raus aus dem Messer Ja, genau Oh Mann, mein Caps immer Na... Ich hab so Angst, Mann Pass auf... Hier gehts runter Ich weiß aber nicht vorhin schon drüber... Aber das erste Mal schon drüber gesprungen Ich dachte... Ja... Eins noch nach rechts, Sobi Eins noch weiter... Ah ja, stimmt Und dann hier so... Hm... Ich hab ruhig vom Sound aus Nee, Sticke, du hättest da keinen Fallschirm bekommen Auch stimmt Alter, wie ich oft die Folgen angeschaut hab und sag ich... Ich weiß jetzt echt noch, wo wir was gesagt haben Einfach... Ja... Hier ist es dann... Hier ist es auch noch nicht Doch, hier ist es, stimmt Ihr wartet auf mich jetzt relativ Ähm... Ja, wir müssen ja gleichzeitig reingehen Ich weiß Ich... Nimm... Das Schwert nicht, warte Das Schwert hier Sehr gut Ähm... Jetzt nehm ich wieder das andere Chat Okay, bereit? Drei... Zwei... Drei... Zwei... Das Problem ist... Ähm... Ich hab heute noch gar kein Minecraft gespielt Du glaub ich auch nicht, ne? Das heißt... Wir sind was Skill angeht Irgendwie... Hashtag... Anymore Okay... Geil Hier zieh im Umfeld Okay, dann lass uns mal... Zu ihren Name-Tag gehen Kann natürlich auch sein, dass sie einen dahin locken wollen, man Ja, die werden halt... Ich hab einen Bogen gehört Die sind da oben! Noll, die haben sich eine Festung geholt Das ist nicht schlecht, denn... Wir haben, glaub ich, krassere Bögen als die, oder? Noll, du hast ein Gehütet Ich weiß, der ist ja nicht so schwer Ja... Noch einen, ne? Nee, doch noch nicht Die ziehen mir ein Herz, oder so... Ich hab so gar keinen, ne? Ja, doch... Die ziehen... Die ziehen mir... Die ziehen mir jetzt sogar schon ein bisschen Ja, ich muss dragon Ich hab sogar schon Half-Life Okay... Es wird ein cooler Fighter, glaub ich Die Frage ist, wie wir das... Ich hab noch einen getroffen Wie wir das beenden wollen Ja, ich hab auch ziemlich viel Denn... Wir kommen da ultra schlecht hoch Und wir werden die Pfeili nicht zu krass verschwenden Wie viel hab ich dann? Ja... 16 Stück nur noch Es ist nicht sehr, sehr viel Okay, aber ich find cool das, was die da gemacht haben Das find ich echt cool So vorbildlich Da gibt's ja andere Teams Die da eher so aufs Farmen aus sind Die, sag ich, so nie kämpfen würden Ja, denk ich auch Wie ich da hoch möchte, Mann Lass mal von hinten angreifen Komm mal von hinten, da ist ein kleiner Hügel Da kannst du chilliger hoch Die haben echt equipped, sag ich Das wird sich so extrem für uns lohnen Haben die TNT platziert? Die platzieren TNT! Lol Lol, er fällt! Andi, doch nicht! Ich hab ihn getroffen Nice Ähm, die werden runter springen Ich hab einen Ich hab einen Sehr schön, sehr schön Weitermachen Lass mal... Ich jeden Wasser hoch Ja, okay Wenn der runter springt, fang ich ihn ab, okay Ist der da? Er brennt, er brennt Ich seh ihn, ich seh Ich tue den Hab ihn Sehr schön Alles direkt snacken Die haben die Hose und so Ja, ich geh hoch Digga Das hat sich gelohnt heute Lass mal Chests machen Auch wenn wir die nicht sichern können Wir müssen sofort aufpassen Die werden jetzt sofort nachschauen Wenn das jemand zieht Dass wir jetzt hier getötet haben Weil Die haben wirklich geschrieben Ja, bla 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 Wir sind am Spawn direkt Zack Ich hab drei Goldäpfel, Mann Ey, das war ultra gut der Kill Jo, der weicht was So, ich mach mal das alles da rein Alter, wie viel? Projektiv Protection 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 1 Eisenhose Die nehme ich Äh, dir Hose meine ich Okay Ich muss erst was ausleeren Ich hab keine Sachen Also ich hab keinen Platz sonst Ähm, du musst dann relativ schnell herkommen Bist du da? Ich bin hier unten, ja Mach du direkt eine Protection 3 Eisenhose Warte Wir müssen das alles ganz gut safe jetzt Hast du die Items von oben alle? Ne, noch nicht Ich platziere mir hier grad eine Kiste rein Okay Ähm, ich mach mal direkt noch ein Wo ich das Eisen hin? Äh, hier drin Ich mach direkt einen neuen Amboss Und Mach den ganzen Scheiß dann Äh, ich bin jetzt so nervös, Mann Aber wie gut es jetzt war Wir wussten nicht, was wir diese Folge machen wollen Ja, also Wir wussten so ein bisschen was Aber Ja, klar Also ja, der Plan stand halt so ein bisschen zu farben Zurück zu gehen Und jetzt hat Alles ist wieder sich ähm Geändert einfach Zack Amboss steht Was verzauber ich jetzt? Schab 3 hab ich hier Schab 1, Schab 1 mach ich zusammen Zack Ähm, hier hab ich das eine Ich hab ein Schab 1 verloren, glaube ich Oder weggeworfen oder so Da komm mal, bring mal deine Sachen alle mit hier in die Kiste stehe Warte Wollen wir da Wollen wir Weißt du noch, wo es zu ähm Dings geht Zu äh Ja, ich könnte die Koordinaten ganz kurz raus holen Aber warte mal ganz kurz Ich würd gerne hier das alles noch Schneller regeln Ja klar, aber Sonst könnten wir aber eine Boppelkiste saveen, weißt du Ja, ich weiß Das ist das wenigstens sicher Wenn jetzt hier jemand kommt, wir müssen halt ganz schnell darum kämpfen So, Power 1, sehr schön Ey, die hatten noch Die haben auch noch ein Crap-Dier-Schwert gehabt, das ist auch nicht schlecht Ja, ich sag doch, ey Das ist grad richtig gut, was wir haben Ey, ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, ich könnte einen Power 4 Bogen machen gleich Ich mach jetzt einfach weiter, scheiß drauf Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, was ich alles hier grad mach Ich hab zwei Schwert hab ich jetzt Was für ein Schrapp, was für ein Schrapp hast du grade im Inventer Ich hab noch Schrapp zwei Kannst du kommen, dann geb ich dir schon mal Schrapp drei her Ja, die hab ich, ne Ähm, Eisen? Ähm, Eisen? Äh, du hast kein Eisen mehr, oder? Hast du noch irgendwo Schrapp? Aber warte mal, warte mal Wir können jetzt, die haben ja mehr ein Crap-Schwert Dann mach ich die beiden kombiniert Was brauche ich denn noch nicht? Ich hab noch einen Guck mal, ob du Zuckerraufwerk sogar hast Ein Zuckerraufwerk wäre, okay, ist nicht so geil Nimm mal die Deerhose auf jeden Fall noch raus Ein Level brauche ich noch Für was jetzt? Ich hab drei Schwert, vier Ich hab ja noch ein Achso, ja, ich hab ja genug Level Ich hab elf Level Ich könnte alles damit machen Ich hab auch noch ein Crap-Deer-Schwert Hab ich auch noch, ne? Ja, ich hab ja so, wie gesagt Ja, gib mir deine Deer-Schwerte Ich mach die zusammen So, Schrapp zwei Schrapp drei Ähm, richtig rum, ja Ich hab zwei Level noch Ist jetzt halt echt wenig Ich hab noch acht Level Ähm, dann mach du Ähm Ich kann mir sonst ein Power-2-Bogen machen Ich hab schon ein Power-2-Bogen sogar, hier Schau mal Also du könntest sogar einen Power-3-Bogen machen Oder wir machen halt einen Power-4-Bogen Weiß ich noch nicht Wo ich denn mein Holz hin Ja Hier hin Pfeile hab ich echt wenig Ich mach mal neue Ich nehm das grad mal alles mit Und tu das in die Doppelküsse schon mal Genau Also ich nehm echt alles mit Hast du ein Gold-Apfel eigentlich? Ne, ne? Dann geb ich die ein Hatten die welche? Ja, drei Stück hatten die Toll Ähm Was wollte ich denn jetzt noch machen? Eiernschwert Zack Eiernschwert Jetzt verzauber ich Äh Verzaubern man Hast du jetzt eigentlich auch noch ein Enchantment-Table? Jetzt haben wir nämlich dann zwei sogar Besteinlich könnten wir einen wegwerfen Ja, wir werfen aber keinen mehr Also Guck mal her Okay, hier ist voll Kannst du Kannst mal herkommen Ja, was soll Ähm die beiden zusammen machen Alter wie sich das gelohnt hat man Hier Ich realisiere es jetzt und GG Ich fand Nochmal Props an die beiden Und wer wollte jetzt am Anfang nicht kommen? Ja ne lass doch nicht kommen Ich hab wer das gesagt? Du Echt? Ja Ja Ich war mir nicht sicher Ähm wie viel Level hast du noch? 12 4 noch 4 Ja 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 Dann müssen wir, wir gehen direkt wieder in der Nesse, okay? Ja, aber lass das erstes mit der Kiste machen Soll ich kurz die Koordinaten raussuchen? Ich weiß es nicht Wir wissen noch wo das ist, oder? Nein, das auswendig weiß ich es auf keinen Fall Wie hab ich dir den genannt? Chords vielleicht? Fuck, der Ordner ist leer Oh man, wo hab ich das nicht bearbeitet? Ich guck, das müssen wir jetzt echt machen Von mir aus könnten wir nämlich das eine in den Nether gehen oder so Weil wir haben jetzt das Eisen Lass uns echt direkt in den Nether gehen Was bringt uns jetzt durch die Chests? Ja, dann müssen wir immer eine Chests wieder umbauen Wir gucken mal hier, was wir hier für Sachen noch drin haben Okay, ich schau mal Ja Ja Fuck Wir haben voll die guten Staffel Das sind auch noch zwei Sharp, zwei Eisenschwerter Ja, zwei Schwerter noch Sag ich ja Die nämlich mitbeidet auf jeden Fall Und packt er stattdessen Sharp 1 rein Ähm Alter Protection 2 Eisenhose Die musst du auf jeden Fall mitnehmen Ähm Die Bögen sind mehr oder weniger crap Den Power 1 Bogen nehm ich mal mit Enchantment Table können wir da Das sind 60 Eisen müssen wir mitnehmen Nimm du doch den Enchantment Table mit Dann haben wir beide einen Wir brauchen keine zwei Mann Das ist Platzverschwendung glaube ich Eisenspitzhackle werfe ich weg Redstone werfe ich weg Spidereis Lass ich mal Da haben wir fünf Blaze Rods Es hat sich so gelohnt Ich nehme mal noch die drei gestackten Eimer mit Ähm Aber In welche Richtung war das denn? Ich bin überlegen wo das war zu Ich weiß es noch mehr War es nicht in die Richtung? Ja genau, aber das ist Tobi Das ist scheiße Ja das ist wichtig Du guck doch hier an Denkst du echt das ist wichtig? Ja das ist wichtig Also wir machen es gern Also wir machen es dann wenn du das sagst Dann sollten wir das echt machen Okay Alter wie sich es gelohnt hat Nee nee weiter rechts Ja genau die obere Koordinaten Ich suche jetzt einfach die Koordinaten raus Hier Let's Play Ordner Ware und 2 Ordner Welche Folge war das in etwa? Die Vorbereitung auf den Ähm War das jetzt? X7 Ihr hört es jetzt am One more time It's one too many for me Warte Ich weiß es nicht Du musst nur aufpassen das ist jetzt keine Leute Oh Zombie Ich weiß nicht ob ich das so finde Wie behindert bin ich? Wo bin ich jetzt aufgeschrieben? Das kann Und jetzt kann es jetzt fucking Zombies alter Lass uns mal einfach dahin Oh ich hab' ich mein Schafniss dreischwert angehauen Ja hab' ich auch Ja hab' ich auch Ich hab' ich auch Ja was heißt das hab' ich auch Dein Dierschwert ist nicht so schlimm wie mein Schafniss dreischwert Lass uns einfach mal in die Richtung laufen Ich weiß es noch Ich bin schon mal im Weg Achso Wir sind gerade hinter Ja ist locker Also ich weiß jetzt schon wie Ja ok Es war einfach durch dieses Wasser Ding dann so bis zu den Berg hoch So hier runter Stimmt Also ich hier Wasser runter Lass das Wasser jetzt mal einfach laufen oben Ja ja klar Oder mach MLG Board da YOLO Ja ich seh's jetzt auch Möchtest nur du runter? Ja ja Ok Ja was soll ich denn jetzt halt machen? Keine Ahnung Überleg nochmal Wir haben jetzt echt so gutes Equip Du kannst uns auch mal Crap wegwerfen Also Habe ich die ganze Zeit schon gemacht Ok Wir müssen jetzt eh auf jeden Fall Wenn die Folge beendet wurde Oder wenn die fertig ist Können wir so gechillt jetzt unser Inventar anschauen Dass wir Jetzt Oh ich glaube ich bin die Fallschichtung laufen Ähm Dass wir jetzt nicht so An unterschiedlichen Stellen gekickt werden Aber ich denke mal wir nehmen gleich eh noch gleich eine Folge auf ne Ähm ja müssen wir mal schauen Also ich bin jetzt hier oben glaube ich einfach Werf jetzt mal Leder weg glaube ich Leder brauche ich nicht Ja Kann ich Leder wegwerfen Ich werf Ich habe auch voll wenig Holz mitgenommen Ey in solchen Situationen Nämlich immer voll viel Crap glaube ich mit Die ich gar nicht brauche Ähm Pfeile, Pfeile, Pfeile Knochen habe ich voll viel 64, wir könnten so viel Essen machen glaube ich Mhm Das werf ich mal weg Wir haben ja auch noch Ich habe eine Kartoffel in die Truhe gepackt Ok Also wir könnten auch Kartoffeln machen Und die Aber ich habe auch übrigens viel Fleisch Also muss ich sagen Hm Ich kann es nicht mehr verzaubern Ich habe noch eine Ender Perle Ich hätte mich sogar mit einer Ender Perle hoch porten können und so Ja das hat richtig gut geklappt eigentlich Aber es war echt cool und wie gesagt Respekt an die, dass sie gekämpft haben und nicht gesagt haben Auch wir verziehen uns jetzt nochmal Krasse Aktion zu sagen Wie geht es denn am Spawn Kommt kämpfen Hat mich aber gewundert Dass wir die einzigen waren die darauf Bock dann hatten Mhm Dann habe ich ok Hier haben wir wirklich nur auch Crap Ich habe das gerade abgebaut Ok kommst du dann so schnell wie möglich hoch Dann können wir uns hier oben auslocken Komm Ich denke mal das Gleiches rum Ich lasse Federn auch weg Weil Federn hast du dann Ja und Rüstung Ich habe jetzt Prod 1 Dir Hose Die ist um einiges besser als Prod 2 Eisenhose oder? Mhm Sehr gut Aber Prod 2 hast du auch behalten ne? Also nicht weggeworfen Die habe ich dir gegeben oder in die Chess gepasst Ja ja also in die Kästchen Ja genau in der Küste war ja immer Genau Ich habe heute die Flints Ich weiß nicht was ich brauche Leute Habe ich die Federn hier noch irgendwo? Du kannst das doch gleich dann sonst noch eine Folge auf Und dann kannst du das ja im Moment nochmal genau anschauen Ja davor schauen wir es aber an Ja meine ich ja Achso Es ist also über 32 Pfeile Ich kann so lange noch einen Apfel fahren Oh Oh man über den Mops man Aber ich muss auch gerade kämpfen Oh Creeper Ja kann ich eh nicht Okay ich muss Jetzt ist es so einmal schön dass die Folge morgen kommt Ja Ist echt so stimmt Ach man diese Creeper Überall Creeper Ähm wie soll ich eigentlich nochmal ähm Dings farm Äpfel farm Fuck mein Schwert geht so kaputt Echt Ja oder du hast ne Axt dann kannst du auch den Daumen aufhören Ja eigentlich dachte ich mir ich crafte mir schnell ne Axt aber Ich bin auch nicht oben hier Wenn wir es noch schaffen dann lassen wir mal wieder zum Spawn laufen Und äh Jetzt schon zu früh Ja die Kiste sichern halt Ok ja ok stimmt Das hätte ich eigentlich Wie Idioten wieso lauf ich denn mit dir mit Falls einer nachschaut Das war nicht schlecht also Ja stimmt Ich renne jetzt zurück zum Spawn Jo ich hab dich gesehen Ich renne mit dir Nice Alter was für ne Folge Ja wir werden die Kick die Jolo Oh aufpassen dass ich nicht ertrinken So ich schau nochmal mit dem Inventar an Ich auch ja Dann wäre es perfekt gleich Bretzer Ja 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 Alter Alter endlich Das ist ein richtiger Erfolg einfach Alter Wir hoffen die Folge hat euch gefallen Also wir hatten unseren Spaß Und nochmal echt Props an Ja das wäre echt cool Dass sie etwas gefeiert haben Richtig dicke Eier hatten sie ja einfach Also wenn es euch gefallen hat Da habt ihr eine Bewertung da Schaut auch bei Kruppi vorbei Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss